um er hat er hinter euch neue folge alle kommen in der neuen wir sind jetzt im Sumpf wieder zu viel zu tun und jetzt gucken wir mal dass wir hier ein bisschen aufräumen wir wollen in die Militärbäume los ich habe ihn angeguckt da kommen wir in die ja alter Perle ich habe sie hier ist noch einer was geht mit dir ey nein nein nicht schlagen warum nicht du hattest doch gerade ein bisschen in der Waffel oder da muss man doch mal zuschlagen sei froh dass es nur Oli war und nicht ich das ist ja schwer ich glaube das war immer bei den Teich schwimmt leckenden wo auch noch nicht in unsere Höhle es ist doch was vielversprechend ist denn unsere Höhler mal so ein alles das ist aber was von mir das ist gar keine langweilig ich will 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 verheiratet auch nicht so ein aber aber auch wie auch immer hinterher kann das ja kann schon irgendwie sein ein so gut wo es ist nicht schön ist es in der Hülle Prozent war schon jemand ja ich war das schon egal hier geht auch runter gucken wir mal hier runter ne geile Hülle Sackgasse ja ich sag ja ich war schon mal hinter da war nix hast du was zu essen ich habe ich habe noch jede Menge ich habe noch 31 Mio dabei und das ist gut weil ich habe nur noch vier Brote die brauche ich wahrscheinlich alle selber dann habe ich noch ein Steak und die Möglichkeit noch drei Pilzsuchen zu machen ich habe noch vier Gantt-Powder und noch einen Knochen und Knochen kann man da nicht mehr ich habe dir gerade 18 Mio gegeben ja aber ein Monat hält nur ein Hunger ja es hat sich von 18 Mio reichen das ist ein Zeichen und die Blumen die will ich haben eine Unendung mit dem Kuhl mit der zu blauen diese gibt es auch viele von denen die Menschen haben und dann sie hat nur noch sie zeigt dass die Heiligen Blumen und die die kommen von da wo was wird auch gar mal ein Fettkirche hat hier sind ja genau scheiße ich hätte meine Eimer mit dem Sonnenspiel übernehmen können ich bin auf die Hälfte nicht alle für mich alle werden wir wollen aber ich brauche Leder ja ich auch ach es wäre noch mehr erst mal alles drin ja die Kiste ist doch von dir und da sind glaube ich auch Sachen von mir drin ja das ist deswegen so viel habe ich da gar nicht auf die Hälfte und das Urlauben kein Bescheid hier wird von Orta drüben ja du musst in den großen Teil sind also im Teil der Söhne quasi immer weiter in die Richtung immer den Blumen nach immer über den Blumen nach den Finstern und mit der Ruhige nach zwei Kühe diesmal ist aber auch so als ich zwar viele braune Schafe nein sie euch ich bin diese Höhle Leute wir können glaube ich ein wenig was starten die Hülle auf der anderen Seeseite und hier gibt es schon Eisen ich bin noch nicht mehr in der Höhle drin es gibt schon Eisen ja jetzt nicht mehr nein ich will die Höhle nicht nein nein ich guck mal die vier und jetzt bei ihm obwohl ich ganz gut in der Höhle ich hab kein Bock auf Kohle wo sei es doch ja ich bin auch immer bei dem Schaftetel in der Truhe ach, scheiße da fällt ja immer noch nicht mal aus den Augen wie kleine Kinder laufen immer weg musst du im Moment einfach auf die andere Seite oh, alter ist hier viel Eisen was? aber hier geht ja wieder nach oben, das ist schon ja, jetzt ist die Hülle zu Ende oh, ja, tatsächlich, Eisen egal, da geht es auch noch in andere Richtung wo seid ihr? wie kleine Kinder immer nur weglaufen hihihi der kleine Favio möchte bitte auch einiger abgeholt werden der Favio möchte von der Kindertal und von Nikkei abgeholt werden ja, die Hülle sah so schön aus, sie muss ja gut sein auch mal mit oh, jetzt Creeper was? 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 oh, da war ein Creeper, glaub ich ja, der hat einen Slanted Drop ja, der hat einen Slanted Drop er hat die Crafting Table noch Fabian, wo bist du jetzt? ich hab auch ne Hülle gefunden okay jetzt bin ich die gerade abholen gekommen, wo bist du denn? ich bin ein Stück weitergezogen na, okay na gut, wir gucken noch mal hier hey ich hätte so, als ob ich nicht viel Essen hätte äh oh guck mal mal hier weiter mal sehen finden hier noch bestimmt irgendwas tolles ach, hier ist auch ne Hülle oh, hier ist nochmal Eisen cool, alles mitnehmen also ich glaube, hier gibt's schon ein bisschen was hier hey, hier ist auch Eisen jaa alter, Eisen gibt's hier echt ohne Ende, das gibt's ja gar nicht und Zombie mit Goldhelm, natürlich oh gibt's sonst nichts mehr? ach, man, wieder ne Sackgäste doch wahnsinnig und scharf oh, meine Hülle ist auch schon zu Ende, da waren vier Eisen drin ich glaub, wir müssen doch zu unserer Minenschaft gehen, aber da haben wir schon fast alles ausgeplündert das stimmt nicht doch der Einstieg ja hey, ja, nimm das du Skelett oh, hier geht aber noch ein Stückchen runter, war da schon mehr? war da schon so Coming Stone ist? hier ist noch Kohle lol oh, hier ist noch Kohle 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 oh, ich will gar nicht wissen wo oh, Kohle oh oh ich weiß immer noch nicht, wo ihr seid hier ist noch Kohle hier ist noch Kohle Folge dem Eisen und Folge dem Geruch die Treue werden sie nicht mehr die Treue werden sie nicht mehr nie, ich will die noch nie auch Gott nicht mehr auch nicht mehr auch nicht mehr damit kann man hier sein was zu machen oder so ja, das ist wichtig ah, ok ich hab noch ne noch ne noch ne noch ne bist du auch nicht mehr ich weiß es nicht das ist ja auch noch irgendwo rum oder es ist schon also kann man hier scharpt nach der Seite hey, gibt's auch tausend von Scharfen man hört sich nicht das weiß, er hört sich auch nicht auch so verfalls schaden ja, ich bin ein Stück weiter ich bin ich bin ein Stück weiter ich bin ja, ich bin ja, und dann finden uns dann wieder ne ja, wir wollen aber, da ist ein Kripper ich glaube ich weiß, warum er uns nicht mehr hört weil er nämlich nicht mehr bei uns in der Prozent konnte hier noch mal ein ja mal einfach mal hier das ist dann vielleicht geht ein bisschen besser mal sehen vielleicht kommt er gleich wieder wir können ja mal Richtung Schlucht aufbrechen warte ich bin ja da können wir uns treffen bei der Schlucht können wir uns treffen sollen wir dann auch wieder werden sie waren ja letztes gemeinsam so große Erkundungstour und einfach noch mal ein bisschen weiterziehen doch wir könnten dann noch mal ein bisschen weiter die Arbeit nicht in eine andere Richtung Sache soll bis ich vorhin heute fest aber da wüsste wieder so viel und ich schätze ich schätze ich du bist irgendwie aus der Konfé rausgeflogen weil sie nicht was und es war keine Ahnung wollen wir weitergehen hier Richtung großer Sturz Alter Philippe auch die Schafe zu töten wir haben auch die Leben die wollen auch nur leben ach so was gibt es hier in mir passt auch nicht ich schenk dir die Schere guck mal guck mal bitteschön 5 und kann ich jemanden schieren ja ja hoffentlich schert es dich auch die Stiftung HbH 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 wir haben auch noch mal wo ich möchte er erinnert und dort ist bis dann leider weg aber du musst weg ok übernacht sich dann nicht mehr Naja, einfach immer da hinten laufen. Ja, genau. Einfach hier immer geradeaus. Hier kommen dann Schluchten und da kommt irgendwann auch die richtige Schlucht. Ja. Na gut, ja. Da mach's gut, nicht? Ja, ich laufe erstmal da hinten, ganz hinten hin und dann locke ich mich aus. Ja, du kannst da... Ja, genau. Entweder laufst du da hinten hin oder halt mit uns noch mit, weil wir sind auch fast da. Ja, ich bin auch bald bei der Schlucht. Du bist auch bald bei der Schlucht. Dann komm mal so fast. Jetzt sind wir ja fast schon wieder zu sagen. Oh, ich war in der Kopf drin. Nein, war holen, ne? Ah, das ist die... Oh, ich bin da... Ich hab mich in die Hexenhütte. Ist ja lustig. Ja, das ist... Zuerst mal der Hexenhütte gleich. Rechts ist die Hexenhütte. Dann sind wir noch ein bisschen verirrt. Wir sind ein bisschen verirrt hier. Ja, du kannst nur noch über F3 deine Koordinaten aufrufen. Äh, wo müssen wir denn hin? Ja, stimmt. Oh, ich glaub, wir müssen... Hä? Ich hab mich verirrt. Ich bin hier. Verirrt. Ich hab nämlich nicht gerade verloren. Ja, ich weiß jetzt auch gerade... Warte mal. Schlucht. Ich bin bei der Schlucht. 1800 oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht mehr. 1700 irgendwas. Warte, ich sag's euch. Ich bin ja da. Ah, bei 1052 und 780. Ah, okay. Ach ja, da sehe ich. Hallo. Auf der anderen Seite. Oh. Peace. Uho, hu, hu. Nee, ne? Geht schon aus. Nicht, ne? Geht schon, du nicht. Komm' rüber. Aber wollen wir in die Schlucht reingehen oder wollen wir uns eine andere schnappen? Ich würde sagen, wir schnappen uns vielleicht eine andere oder so. Was? Eisen? Ja, kannst du gerne noch holen da drüben, wenn du willst. Ja, wer? Weil da hinten war ja noch eine andere Schlucht. Wir können auch in die reingehen. Einfach dann. Wie sieht es mit der folgenden Zeit aus? In 10 Minuten sind wir jetzt rum. Oh, geil. So, meine Uhr ist jetzt wirklich kaputt. Jetzt nicht mehr das Licht drauf. Jetzt kann ich wieder die Zahlen sehen. Geht aber rund. Ich laufe und laufe. Immer noch. Immer noch. Mit sehr gemäßigten Tempo und nicht bei es hinter mir. Jetzt ist das Eisen runtergefallen. Ich geh es mir holen. Oh, nein. Ich hol es mir. Au, 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 au. Ja, immer Kopf gegen Steine. So, ich bin nochmal weg. Und falle nicht in die Lava hier. Jo, mach es gut, ne? Schreie nicht. Das war knapp. Hier, warte, dein Eisen. Also dann. Ciao. Hier unten ist ja auch Dingsl. Hey, Konfi geschlossen. So was ist gut. Ich komm zu euch runter. Hier gibt so ein Dingsl. Creeper hinter euch. War es zu spät? Ah, Holz. Super. Und Filze. Ich sah den Creeper zu. Oh, Skelett. Ich bin einfach nur irre. Es kommen ständig irgendwelche Mops von ihm. Wo oben runtergeflogen. Ja, oder du. Ja, das war ich. Ständig fallen irgendwelche Leute runter. Das waren die Spinnenweben. Bei vielen Spinnenweben ist auch so ein... Das war ein Ende. Ja, aber die haben wir eigentlich schon alle kaputt gemacht. Also eigentlich ist hier auch nicht mehr viel in so einem Gebiet drin. Also eigentlich haben wir... Dingsl. Kann ich mir noch drücken machen. Deswegen eigentlich müssen wir uns in einer anderen Hölle suchen, wo es so ein bisschen mehr noch abrufen. Aber ich weiß, dass hier noch Gänge sind, die wir noch nicht durchgenommen haben. Das klingt komisch. Ja, zwei oder drei. Dunkle, feuchte Höhlen, die wir noch nicht durchgenommen haben. Das klingt komisch. Irgendwie andere Spuren. Oder wir gehen zu denen... Ich hab hier was. Ich hab hier was. Ach komm, ich geh mal zu den Arbeiten. Wir finden uns ja schon irgendwie wieder. Hoffentlich. Ja, die Höhle ist jetzt nicht so... Ja, hier läuft man sich immer irgendwie so ein Lüscher. Ja, das hat sich so... Ich bin froh, dass du flusslos, wenn ich welche... Au. Wow. Die haben nicht gelappt. Ja, oh, das ist die auch so sehr eigen. Nein, jetzt hab ich kein... Mein Holzschwert mit dem Verstand mehr. Oh, wie das ist. Ist doch noch ein Weg. Ist doch noch ein Weg. Oh, nein, 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 nicht in die Lüscher. Alter. Ich lege, ich lege wehen. Und da unten ist ein Krüfer. Ich bin das da. Ich bin das da. Ich bin das da. Ich glaube, das gehen soll. Hallo. Ich bin ganz unten in der Schlucht. Du spielst grad mit dem Super, ne? Nein. Dann siehst du wen anders. Ja, ja, ihr könnt doch auch nie zu gehen. So, dass ihr gerade sind. Ich bin hier ganz unten in der Schlucht. Ich, 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 ich... Ich bin da schon, dass ihr mit der Truhe. Oh, cool. Da hab ich mit der Brot jetzt auch willkommen. Ich weiß nicht mehr... Ich... Ich... Hier ist keine Truhe. Ich sehe keine Truhe. Oh. Hier ist keine Truhe. Der Krapier ist keine Truhe. Ja, doch. Die Truhe, wo ich da halt dann Sachen reinstehe. Ich bin woanders. Hm, ich weiß es auch nicht mehr, wo ich bin. Ah, doch, ich weiß nicht. Ja, ich bin jetzt auch an der Spur. Ich bin aber woanders. Hallo. Hallo. Mach kurz mal. Also, ich hab... Ja, ich hab auch eine. Guck mal hier hinten. Oh, ich seh die Främmol. Du läufst hier gerade irgendwo ein bisschen weiter weg. Du musst ein bisschen weiter zu kommen. Quasi. Ich seh ne Fledermauf. Fledermauf! 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 Ist das Gold? Gold! Ich hab Gold gefunden. Und dafür muss die noch nicht mal in die Nase bohren. Oh, das ist aber nur ein einziger Gold. Das finde ich jetzt gemein. Nur ein einziges Gold. Ohr. Ah, na aber. Okay. Wenn man eigentlich auch noch in der Wand bohren würde. Nicht in der Nase, sondern in der Wand. Das Blöde ist, ich hab jetzt nur noch ein Brot. Ich hab auch noch ein Brot. Ja, Eisen gefunden. Ach Mensch, ich seh dich. Was? Mich oder wen? Nein. Wenn du mit mehreren Leuten aufnimmst, musst du dir angewöhnen auf den Namen dazu zu sagen. Sonst weiß keiner, wer angesprochen ist. Ja, du klingst auch mal richtig. Hier ist ja noch mehr Gold. Und? Ich glaub, ich geh mal gleich die Glaser zu klatschen. Oh, super. Das klingt doch noch was. Klingt nach einem Plan. Klingt nach einem. Redstone, yeah. Das heißt doch was hier. Ey, du hast Glück. Ich hab grad Gold gefunden. Und zwar gar nicht wenig. Auch noch. So, wenn man Redstone und Diamanten so nennen will. Ja, auf einmal findet man hier wieder was. Ich sag doch, wir sollten hier nur ein bisschen suchen. Ja, wir können auch einfach die Brustrichtsendung abtragen. Das kommt so hoch. Ja, klar. Und ich hab auch den Redstone gefunden. Ja, ey. Ich sind da hinten zwei Namen. Wer das wohl ist? Das sind wir. Oh, ich hab den Redstone gefunden. So tief sind wir schon. Wir nicht. Wir sind da aber. Also, nein. Oh, war ich nicht. Oh, da ist noch gut. Oh, da war ein anderes. Ah! Ah, ich branne! Nein! Oh, ich hab einen. Jetzt geh nicht wieder am Feuer drauf, ne? Ah! Ich bin schon nicht mehr da. Ah! Wieso hört der nicht auf zu brennen? Oh, danke! Ich hab noch zwei Herzen. Und war vorher noch voll. Wieso hast du angefangen zu brennen? Du sollst nicht in Lava spielen. Ich bin nicht. Ich wollte dran vorbei. Ich hab mich so ein bisschen drum herum gebaut. Oh! Ja, ich mag die Lava wohl nicht. Oh, die ist auch keine Lava. Nö, die wollten mich dran hindern. Oh! Ja, natürlich. Oh, wehe, wehe. Wir sind übrigens in der Nähe voneinander. Ich bin knapp über euch. Ja, da hinten. Hallo, hallo. Ja, hier, hier. Ein bisschen höher. Olli. Hier oben. Du musst nur die Treppe mal hoch. Hier hinten. Hey! Ich komm mal. Hallo. 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 Du, 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 du. Nee, ich hab jetzt gerade ein bisschen rumgepudelt. Ich brauch Zombiefleisch. Wie soll ich kein Zombiefleisch, wenn ich das brauche? Ja, ich mach auch noch auf einem. Ja, ich mach auch noch auf einem. Ja. Ja. Ja, das ist natürlich... So im Moment geht's ja noch, aber wenn jemand so kommt... Das heißt, ah? Was? Was? Was geht da ab? Das Geräusch. Das war... Ja. Ich hab schon ein bisschen rumgegraben und auf einmal hau ich... Ich hau einen Block Kohle weg. Dahinter ist Laven. Das fließt jetzt mal in den Raum rein. In so einen kleinen Tunnel, wo ich drinstehe. Und das fließt auf mich zu. Und was haben wir hier? Ach, das ist gar nicht von mir, das Holz. Oh, das ist gar nicht von mir. Oh. Das ist gar nicht von mir, das Holz. Oh. Und du wolltest in diese Höhle nicht mehr rein. Ja. Ne, weißt du, der schafft es ja schon aus. Die Leute passen. Haha. Nicht wirklich, ne? Oh. Oh, noch mehr Lavenplätze. Oh, cool. Oh, noch ein Lavaseel. Cool. Aber eigentlich kann es nicht. Okay. Ich kann da schon mit dem Buddeln machen. Oh. Oh. So viel Lavenplätze. Ich hätte mehr 5-6 Lavenplätze wenn man hierher muss. Mhm. Oh, da hinten ist es noch. Ah! Was hast du nicht alles? Cool Dolch. Cool Dolch. Cool Dolch. Cool Dolch. Cool Dolch. Cool Dolch. Cool large Dolch. Wir haben nur einen Einzelnen. Das hatte ich auch gerade eben, aber danach habe ich noch eine kleinere Ader gefunden. Wo mehr war. Ist doch nicht so, wie ich mich aufstattet. Ich hätte einfach durch die Wand gekonnt, ich bin ja auch schlau. Was für das mal dabei geht. Ah, ich bin jetzt wirklich bei der Truhe, wo du meine Sachen reingepackt hast. Mensch, jetzt echt hast du es gescheitert. Was hast du denn die ganze Zeit schon lange gemacht? Dann ist es doch schon längst mal gewesen sein. Ah, hier ist der Punkt, an dem ich damals verreckt bin durch die Hexe. Nein, meine Lederhose ist kaputt. Ah, meine Hose ist auch kaputt. Ja, meine Hose ist auch fast kaputt. Im Glück habe ich noch einen Eisenbanz dabei. Ich hätte mir vielleicht doch mal ein bisschen mehr zurückgenommen. Da hinten ist noch stockfinster. Da geh ich mal hin. Oder ich hätte immer die ganze Gebote gesehen. Doch, nicht finster, sieht nur dunkel aus. Aber dann stellt sich heraus, dass ich von genau da komme. Ne? Warte, ich sehe auf jeden Fall eure Namen, wir sind sehr fern. Ja, wir sind hier so ein bisschen in der Nähe voneinander. Also wir könnten uns hier in der Zeit... Ich verliere schon Leben. Ich kann euch immer noch was geben, sagt doch einfach Bescheid. Ja, wie geht's? Ja, bitte! Ja, ich... 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 Hast du Essen? Das wäre super. Ich hab Essen! Ich glaube, man muss auch was wissen. Ja, wo bist du denn? Ich bin in der Nähe von... Ich bin in der Nähe von... Wir stehen beieinander. Wir stehen beieinander... Wir was встречare von dir aus recht beseeligt. Warte. Warte. Naaaaaaahhhhhh. Hahahaha. Ich sehe mich euch gar nicht. Ich glaube, ich renne jetzt. Ich kann jetzt rechnen. Wenn du normales Schlaf. Ja ich glaube, ik hier ist. Wenn du rennst, du ist ähnlich für uns. Das ist wirklich wachhaltig, das ist wirklich noch alt. Das macht eigentlich noch Ei den. Wenn du das übersieden und gleich kommt... Vom... ... so schnell... Ein Moment, ich höre mal gerade was. So, dann bin ich wieder. Bis an der Kiste, warte, da komme ich, ich bin direkt in der Nähe davon. Ja, ja, okay. Ah, ja, ich sehe dich, ich sehe dich. 5 Melonen bitte oder so. Ich habe keine Melonen mehr, ich habe meine letzten Oddy gegeben. Ich kann dir ein Steak anbieten und zwei Äpfel. Ich kann mir ja noch immer 8 Pilzsucken neu machen. Stimmt, das geht ja ganz gut. Das stimmt, du kannst dir einfach ein Inventar machen, das ist das Gute da dran. Ja, genau. Du brauchst du nichts für, brauchst du auch nicht so komisch zu essen. Ja, oder für Brot, brauchst du auch einen Crafting-Tetel. Okay, genau, weil du sagst, die Folge ist vorbei, ne? Die Folge ist vorbei, ne? Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Ja, naja. Ja, schauen wir mal. Dann wären wir mal bei Indien, ne? Ja. Hallo. Nein, oder so. Oli, bist du noch da? Wie stehst du denn die Flanzen? Bist du verloren? Ja, okay. So, wir müssen jetzt auf. Wenn die Wunder vom Amts legen, dann sind sie auf dem Zeug. Ah, okay. Ja, gut. Das war schön hart da. Du kannst da so ein paar losen rum. Ja. Dann hören wir jetzt auch auf, ne? Dann hören wir jetzt auch auf, ne? Und das ist auch ein interessanter Sinn. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.